Im Tierpark Hamm halten wir also einen ganz interessanten Querschnitt von Tierarten. Das sind zum einen bedrohte Haustierrassen, aber auch exotische Tiere wie zum Beispiel Lemuren, Katas, Weißkopfmarkies, Mandrills, Zebras und natürlich auch für Kinder und Familien sind wir ein ganz interessantes Ziel. Wir haben einen absolut tollen Kinderspielplatz, die Fabeltier Erlebniswelt, die eine ganz große Attraktivität ausmacht und unsere Aufgabe ist natürlich neben der Erholung und dem Freizeitwert für die Besucher auch Bildung und Artenschutz. Wir engagieren uns da ganz besonders stark. Das ist auch unsere Aufgabe. Für uns war es sehr wichtig, dass wir im Gegensatz zu dem statischen mechanischen Schließsystem, was wir vorher hatten, mit flexiblen Zutrittsberechtigungen arbeiten können. Es geht ja vor allen Dingen auch darum, dass nicht unbedingt der Auszubildende sofort die Tigeranlage schließen soll und auch zum Beispiel, dass die Kassenangestellten jetzt keine Schließberechtigungen für die Tiergehege zum Beispiel haben und deswegen war es uns wichtig, dass wir da ein flexibles System haben und dem wird damit auch vollumfänglich entsprochen. Ein weiterer Vorteil der Schließanlage für uns ist natürlich auch, dass wir dadurch, dass wir mit Aufbuchlesern arbeiten und die Schlüssel immer nur für zwölf Stunden freigeben, da natürlich auch beim Verlust eines Schlüssels schnell reagieren können und die auch über das System gut sperren können und das nach zwölf Stunden die Zutrittsberechtigung eh verfällt und wir uns keine Sorgen machen müssen, dass die Schlüssel dann falsch genutzt werden. Das war für uns auch nochmal wirklich ein ausschlaggebender Faktor für die Entscheidung für das Winkhaus-System. Die technischen Herausforderungen, die wir bei diesem Projekt im Tierpark Hamm hatten, waren zum einen die ständigen Änderungen im Witterungsverhältnis. Das heißt, wir haben sehr viel feuchte Bereiche, auch zum Beispiel wie im Lemurenhaus, wo der Zylinder dann regelmäßig außen der Trockenheit ausgesetzt ist, eben im Haus aber dann doch der Feuchtigkeit. Dann war eine weitere Herausforderung, dass wir ein knaufloses System haben sollten, damit auch gerade so im Bereich des Affengeheges keine Affen an dem Schließzylinder rumspielen können, sodass wir halt alles bündig in der Tür haben. Und zusätzlicher Ausschlagpunkt für Winkhaus war auch, dass wir eigentlich alles, was wir mit der Mechanik abdecken konnten, auch mit der Elektronik abdecken konnten. Ja, wir haben vorher natürlich mit den Kollegen aus anderen Zoos gesprochen, was sie für Systeme nutzen und auch intensive Vergleiche angestellt, weil die doch sehr besonderen Grundlagen, die wir hier haben und Bedürfnisse, die wir hier haben in einer zoologischen Einrichtung, passen halt sehr gut mit dem System vom Winkhaus übereinander. Und deswegen haben wir gesagt, gehen wir den Weg zusammen und haben das bisher auch definitiv nicht bereut. Also das klappt wunderbar.